Herzlich Willkommen zum Fernbus Simulator! Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir gucken uns heute um die nächste Route an. Wir fahren nämlich heute Tour Rennes Brest-Nord in Frankreich. Die fahren wir auf jeden Fall heute. Die werden wir heute fahren. Wir stehen immer noch in der Regel. Wir stehen jetzt wieder am Start. Wir wollen natürlich ganz viele Leute mitnehmen. Genau, Rennen, Brest, ja, ist schon richtig alles so eingestellt. Ich möchte mal gerne Bescheid sagen, dass wir weitermachen. Brest, 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 Brest. Also, drittletzte Folge beim Fahrmord Simulator hier. Wir sind jetzt ganz schön. Ciao! Klasse, sehr freundlich. Danke schön. Hi, bist du? So, wer denn das jetzt? Ah, ist Piss. Koko. Das ist bestimmt Koser oder so. Das ist bestimmt nur das auf Huse. Da hast du aber ganz einen zweiten Weg vor dir, mein Schatz. So, hallo? Hi, wie ist das jetzt? Na, morgen willst du? Nein, danke. Nein, danke. Ne, 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 ne. Dein ist das jetzt. So. Auf jetzt. Genau, was er mit Wort ist. Auf unserer schönen Tour. das ist immer so lichter da unten so ich merke mich kurz an dass wir weitermachen wie gesagt vier halte stellen haben wir nur das sind nämlich nicht so viele kilometer offiziell sind so sieben stunden nein mehr das sind zehn knapp neun nee quatsch elf mein gott was rechnen elf stunden sind so jetzt mache ich auch mal scheinwäscher an weil der letzte episode habe ich mich nicht getan oder ende der letzte episode war nicht aufgenommen so und heute geht's los die ersten kilometer sind heute 266 wie gesagt so ewig lang ist die strecke nicht dass wir auch wieder 0900 hat so ein paar zerquetschte also nur ungefähr so lange wie wir das jetzt mal haben wir eben hatten so hallo 266 kilometer bis nach ja es ist die dritte folge also zwei folgen haben wir danach noch und dann sind wir mit diesem mega langen also zeitlich vor allem aufwendigen langen durch mit dann am ende final zu 21 folgen also 24 folgen sind dann hätten wir glaube ich einmal lecker alle städte freigeschaltet zu eurer fahrt jetzt bitte den fahrer bürgen wenn ihr wettbewerb in der zusehen ich weiß egal wir müssen doch mal so auf dem tank gucken ne? wir haben ja gerade auch gewollt dann auf halb voll ja klar, wenn wir jetzt nicht nahe, wenn wir jetzt so hartlos weiterfahren was soll das gemacht, wenn wir jetzt mal investigation... tea oh halt das eigentlich denn für eigentlich eigentlich bandeinander sein zuacağız wir sind heute schon jetzt payer quasi eine Menge aber das haber das ist das ist Das war's für heute. Das war's für heute. Mit so einer Ansage. Und wir sind auf der nächsten Tour. Wir sind von Tour aus startend bis nach Nord. Wieder rennen und brett. Hier sehen wir das noch mal. René als erstes. Dann haben wir in der nächsten Folge einen Bordeaux mit drin. Und in der übernächsten und letzten Folge ist es dann quasi einmal unten die Küste bis nach Nizza. Und dann ist hier mal Ende im Gelände. Und dann haben wir's. In der Schweiz brauchen wir nicht mehr. Bis nach Deutschland brauchen wir auch nicht mehr rein. Da sind wir nämlich auch durch. Ja, da gibt's auch dann noch mal zwei Haltestellen. Und zwar am Flughafen, nämlich departure und arrival. Und dann müssen wir eigentlich final durch. Dann müssen wir alle Haltestellen haben. Oder alle Städte angefahren haben. Und dann ist erst mal Zinsung mit dem Spiel. Dann geht's mit einem neuen Projekt weiter. Also ab nächstes Mal um Donnerstag, Donnerstag oder so weiter. Also quasi in einer Woche heute. Nee, oh, Quatsch. Nein. Also knapp in einer Woche. Mit einem neuen Projekt. Und da freu ich mich auch schon drauf. Da war wieder ein Story-Game. Obwohl ich sehr lange gewartet habe. Was auch schon etwas älter ist. Was ist jetzt älter? Das ist von Anfang Jahres oder jetzt Jahr rausgekommen. Was ich sehr, sehr schade fand, dass genau dieses Game nur für die PS5 rauskam. Und ich bin ein absoluter Fan dieser Reihe seit Kindheitstagen. Und, ähm, da war ich 14, 15, das ist das erste Mal gezockt. Ja, dann geht's dann quasi mit einem neuen Game weiter. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Wir fahren jetzt erstmal noch ein bisschen durch Frankreich. Wir fahren hier noch ein paar Autos weg. Werfen wir noch ein paar Fahrgäste. Ja. Dann schauen wir mal, was da ist. Na, ich habe jetzt ja die erste Pause. Nur so nebenbei. 1845. Ja, es hat zehn Minuten bis vor. Wir sind kurz vor der Tour angekommen. Sie sind auf 15.000 Stunden. Und seitdem zieht es jetzt mittlerweile so ein bisschen zu. Wie gesagt, es ist die gleiche Strecke. Es ist ein bisschen nahtlos. Ich höre wahrscheinlich jetzt alles. Gut, die nächste Folge ist hier ja weniger. Dann werden wir schon Lyon starten. Nach Biarritz. Und dann die letzte Runde. Die Kutazir. Und sich erwachen. Wie gesagt, nach Nizza. Und dann müssten wir eigentlich durch sein. Mit dem Display. Und dann müssten wir eigentlich alles haben. Also zwei Tage noch. Äh, vier Tage noch alles verfolgen. Heute ist Samstag. Wenn diese Folge rauskommt, machen wir doch ein Donnerstag. Aber das liegt, wie gesagt, daran, dass es einfach dieselbe Aufnahme, dieselbe Tour gewesen ist. Jetzt können wir nochmal weiterfahren. Normalerweise bestelle ich immer eine neue Route und sage dann hier, wir ziehen dann so ein bisschen durch. Aber jetzt machen wir mal eine Aufnahme und der Start, wie auch immer. Und jetzt machen wir da mal komplett. Wie gesagt, das ist so. Heute gefällt mir schon so. Wenn dann mich zur Folge geht, dann wird dann nochmal Lyon sein. Und ich werde dann danach wahrscheinlich nochmal so eine Anhängeltour, wie gesagt, durch die Kutazir und mitgehen. Wenn dann auch Marseille und Nizza mit drin ist. Dann gehen wir mal auf. So, wir müssen jetzt weiter aus. Wir müssen ja auch noch rennen weiter. das können wir auch fahren aber das ist die letzte halte wir müssen aber erst mal noch andere stücke mitnehmen und zwar ja renn presst und dann gibt es jetzt noch nord wie soll in der nächsten folge jetzt am nio wahrscheinlich clermont ferrand limos bordeaux bis nach biarritz also quasi dieses untere stück hier das ding hier und im finale wahrscheinlich dann biarritz toulouse perpignan marseille und nizza und dann sind wir wahrscheinlich durch das quasi mal weniger eines ja und dann zum eigentlich dann durch mit dem display und vielleicht machen wir es auch so dass man noch fahren wir müssen ja mal die klima für die wir werden zum fernst abliegen fahren wir müssen mich kennen auf die runde limosch mitnehmen dann ist das schon wir kommen in den süden wie gesagt kommt eine folge deswegen sage ich ja es ist am besten erst mal alles und nach und nach zu planen und egal zu wollen ich hätte sowieso mit mir als ich hatte habe ich eine route gemacht für die ruten gebaut dieser ausgehend luxemburg ausgehend das hat so viel kilometer gewesen weil ich die alle städte hatte jetzt habe ich ein paar städte frei und von daher ist es dann kein problem jetzt hat man ein bisschen auf den tank kommen wenn wir da gucken hälfte leider auch die laktierung drauf lassen und dann sind wir ein rennen also es werden immer so vier fünf städte jetzt so noch werden aber halt die liegen halt extrem weiter auseinander das ist nicht so weit gestoppt wie deutschland wo dann gefühlt so zwei zwölf städte in einem rutsch ziehen kann naja in der natur ziehen kann das geht nicht aufpassen hier weil wir haben hier jetzt hört sich auf zu regnen ich muss doch was ich ja nicht alles machen dass solche wetter machen aber jetzt kann ich ein bisschen dran ziehen jetzt sind wir natürlich genau bei dem transporter jetzt ein bisschen den weg gesetzt aber ich kann mal rüber gehen der wird schon vorbeigehen wollen ich muss wieder ein bisschen schwung holen gerade wenn es bergauf geht ich bin wirklich keine tasse jetzt im kopf so diesmal tut mir mein gefallen und brennt es nicht einfach mal kurz ab jetzt ist die pause 1845 also sprich in drei stunden in geln ab und ab und ab 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 so keine hundert kilometer noch mehr Wir sind gleich am Rennen. Wir sind gleich am Rennen. So, 70 haben wir noch jetzt. 70 Kilometer noch bis Rennen und dann gucken wir mal die Strecke schon wieder weg ist. Weil da geht es nämlich von Rennen aus nach Brest, die ist kürzer. Und dann lassen wir mal das mal 120 Kilometer sein. Und dann gehen wir mal nach Nords, wahrscheinlich mit irgendwas sind wir 250, sowas. Ja, dann haben wir es schon fast geschafft wieder. So lange ist nämlich diese Strecke nicht. Hier sind nämlich nur 600 Kilometer. Grobe Richtung. Also nur. Die sind meistens fast 80.000 Kilometer lange. Ach Leute, ey! Das ist halt genau das, was ich meine. Man setzt sich daneben und überholt und dann sitzt man rein und brennt. Oh, guck mal hier. Aber viele Transporter unterwegs sind noch. So, wir müssen jetzt noch Rennen, ne? Geradeaus also. Oder? Oder müssen wir hier runter? Wir müssen weiter geradeaus. Problem, Rennen ist gerade nicht ausgestellet. Deswegen bin ich gerade ein bisschen überfragt, muss ich nicht gucken. Also Flavio unten. Alles sagt geradeaus. Alles gut. So richtig. So, 24 Kilometer noch, dann haben wir es. 24 Kilometer noch, dann haben wir es geschafft. Und dann sind wir ein Rennen. Bin ich jetzt gleich. Ich mag solche Leute nicht. Haben Sie ja schon mal erwähnt. Ich hasse, dass man mich überholt und einzieht. Ich bin selber Busfahrer, ich weiß, was ich davon nicht rede. Das sind nämlich öfters mal. Die überholen dich und ziehen dann rüber. Komplett. Hauptsache, sie müssen am Bus doch vorbei. Ja, genau, Timmel, du Arschloch, Alter. Das kann doch nicht sein, ey. Kannst du nicht mal Platz, man will, ich muss da noch durch. Das ist genau das, was ich meine, warum es einfach nur Idioten gibt manchmal. Solche Leute. Was macht man normalerweise, weil er lässt die Leute rein. Ey, was macht Timmel? Ich muss überholen noch. Und zwar mit Vollgas, sodass er Bus nicht rüberziehen kann. Nur damit du vor mir an der Weg stehst. Komm ich da außen rum? Es gibt auch Timmel vor mir jetzt. So, was muss ich gerade gucken? Timmel muss zahlen und ich fahre weiter. Na ja. Alles ist gut. Wir sind mittlerweile schon im Rennen. Machen wir uns jetzt gerade auf dem Weg zu unserem ersten Stopp auf dieser Route. Und wisst ihr was, meine Frage, haben die die Blitzer entfirmt? Ne, ernsthaft jetzt, das ist eine blöde Frage jetzt. Ich bin ja jetzt schon, wie gesagt, heute, das ist jetzt heute meine dritte Route. Ich bin, obwohl ich hier teilweise in den Schöpfen wieder setzte Asi fahre, bin ich noch nicht geblitzt worden. So, angeblich darf da kein Bus lang, wir dürfen da lang. Das ist auch richtig so, weil hier sind das Ziel. So, machen wir mal kurz nochmal das Auto, damit die hier rauskönnen, ja, Leute. Ähm, okay. Ich seh's gerade, ich hab die Klappe nämlich aufgelassen. So, presst. Hallo, ciao. Salut. Ach, nimm mal. Ich fahre dann, ich fahre dann mit dem Nösten. Als heißt, das ist nicht, danke. Hi, Sie wollen bestimmt auf geht's. Natürlich. Gut, finde ich es gut. Hallo, danke sehr. Ja, fangen wir das aufrecht, die Olli hier, die Zwee noch abkazieren. Hallo, hier, danke sehr. Und. Hi, fahren Sie in meine Zwee, Freund. Äh, stimmt, war ich das. Hallo. Sie wollen bestimmt, ciao. Servus, ich bin. So, hab ich jetzt alle mitkassiert oder warten wir jetzt noch? Nee, wir gehen jetzt nach Hamburg, wir witz dich mit. Scheiße, das war jetzt tatsächlich keine Absicht. So, und auf Wiedersehen. Wir machen weiter mit unserer kleinen Fernbusreise weiter durch Frankreich. So, der nächste Halt ist jetzt, der nächste Halt ist jetzt, ich weiß jetzt gerade nicht, der nächste Halt ist Brest. Alles klar. So, gut, machen wir mal weiter. So, gut, machen wir mal weiter. So, ich hab mich das Gefühl, dass die scheiß Blitzanfährt haben, ne? Oder ist das falsch? Oder gibt's einfach keine mehr. Ja, ich dachte, ich dachte, ich fahr schon schlimm. Ja, dann haben wir doch einfach mal kurz weggehauen. Ja, so sind wir halt bei Flixbois. Wir hauen dann zweifeln einfach den Verkehr weg. Kostet's, was es wolle. So, jetzt müssen wir natürlich, das war natürlich schön in der Hecke, aber ich würde die gerne nicht jetzt, wunderbar. So, jetzt gehen wir nochmal schnell tanken. Wir haben nämlich, haben nämlich noch einen halben Tank ungefähr. Oder? Wie ist das wirklich? Ich weiß nicht, was ist es um eins. Ja, halbe Tank noch. Blöde Frage, bin ich an der Tagestelle gerade vorbeigefahren? Kann das sein? Ja, egal. Nächste kommt bestimmt. Aber wo? Wow, die kommt der erste Brest. Alles klar, komm ich noch. Also, wie gesagt, das ist aber nicht schlimm. Wir kommen leider nicht weiter nochmal durch, weil das zweite Auto schon durch ist. Wenn wir so ein Auto dick gefahren hätten, hätten wir hinterhergeziehen können. So. Na dann. Auf ein neues. Na Brest, 233 Kilometer und ich glaube, die nächste Strecke ist dann noch nicht mehr so lang. Na doch, die wird länger sein. Die wird noch was mit, fast 400 sein. Na ja, aber das kriegen wir schon hin. Und danach, wie gesagt, sind es noch zwei Folgen. Und dann sind wir durch. Und noch mal 24 Folgen. Final. Zumindest mit dem Grundspiel durch. Es hat sich so ein mega langes Let's Play. Es ist nur zeitlich sehr aufwendig. Mit so circa 40 bis 50 Stunden. Es zieht sich halt extrem, weil du halt teilweise extrem lange Strecken hast. So, hier müssen wir draußen abpresst. Das ist doch keine Verfolgungsjahr. Der sagt eigentlich, ich gehe raus, aber okay. Dann fahren wir geradeaus weiter. Ich trau mal im Navi. Ich schau mal im Navi hinterher. Was soll der denn da raus? Da wird jetzt ja rechts rausgemusst, ne, offiziell. Dann wäre man nämlich etwas anders gefahren. Ah, okay. Dann wäre man nämlich nicht oben lang gefahren. Dann wäre man nämlich gerade den... Ah, jetzt machen wir was anders. Ja, der fahrt tatsächlich den versammelnderen Weg. Ja, ich fahre als Autobahn und Bus und so, das drehen, das ist so ein Scheiße. Der fahrt tatsächlich den kürzeren Weg. Der fahrt gerade den Weg. Ich fahre nicht oben lang. Oh, alter. Ich fahre nicht auf den Schornschreifen zurück. So, klingt raus. Ich fahre nicht auf das andere Sicht. Ich sehe es, dass wir hier nur steigen. Oh. Du, Ju. Pascho. Wir machen jetzt etwas anderes. Wir fahren wieder geradeaus. Wir setzen uns auf den Schornschreifen und dann fahren wir das ganze Stück rückwärts. Ich fahre nämlich wieder raus. Ich fliege es, ich rückwärts. Na, es ist nämlich richtig, wenn wir dann nämlich raus müssen. Dann fahren wir nämlich einen etwas anderen Weg. Oh, ist das denn für eine Lagierung? Da will ich mal wissen, was der Weg kostet, weil wir fahren statt oben rum, nämlich gerade ausdreckt. Dauert jetzt, wenn wir so schnell rückwärts sind. Die Polizei interessiert es auch gerade herzlich wenig. Eigentlich müsste der Weg ja gerade kürzer sein, weil eigentlich ist es ja, du fährst ja oben mit dem Boden auf, sonst fahren wir bestimmt noch so 20-30 km, das ist mehr aus. Das ist nicht immer der schnellste Weg, sondern der, was ein bisschen komfortabel ist, ist egal, alles gut, wir kriegen es hin. Wir müssen hier raus, nämlich. So, dann fahren wir hier nämlich rüber und fahren nach Brest. Dann fahren wir nämlich hier raus. So, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind, also 22, 22 jetzt gerade. Ich muss es noch nicht umgestalten, wenn wir nämlich richtig sind. Das sind tatsächlich nicht mal ganz 10 km, aber es sind ein bisschen, ne? Ich meine, das war so. Ich war noch mal gleich das Rückfahrtfaden verloren. Aber hier habe ich behalten. Wir haben ja jetzt Sagenstelle hin, wenn wir nix, wenn ich in Brest, sondern wenn wir nix auf Sagenstelle ist, dann war nass. Na gut, ich hätte gesagt, dass wir ein bisschen mehr sparen, aber nein, das ist nicht so ganz. Aber wir fahren uns jetzt etwas anders. Anders, wir fahren nämlich jetzt nach Brest nicht obenrum, so wie ich das haben wollte, sondern wir fahren straight geradeaus. So. Dann jagen wir mal hier über die Straße, wahrscheinlich die Scheldstraße oder so auch immer. Oh, alter. Das ist ein bisschen fix. Das war nicht genau. Genau was? Das war nicht so oft. Ah ja. Das war nicht so, dass wir die Bäume vergessen haben. violer? Oh-hooo. 190 km bis vorletzten stop in brest hier da sind wir langsam unterwegs und die frau noch sind 45 haben jetzt in 30 also stunden noch was komisches press kommen wir so schnell wird enger werden das wird glaube ich eng werden es he es 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 Ja, das sind halt so Ecken, die zieht sich ein bisschen, aber nochmal, weil ja, in Frankreich extrem, die Schnitte so weit auseinander liegen, was ein bisschen blöd ist, aber ist halt so. Genau, fahr rüber, bleib auf deinem Bett, fahr einfach rüber. Ich hasse das, wenn die Leute sagen, ich muss doch mal blinken, ich muss doch bremsen. Nein, musst du nicht. So, brennest du, press gerade aus, okay. Eigentlich durften wir jetzt nicht runter müssen von der Autobahn, aber press geht aber auch nach rechts. Ja, wir fangen gerade aus. 160 noch. Ja, schöne Gegend auf jeden Fall. Hier, ich war noch nie hier. Mal durch Frankreich, so glaube ich, ein bisschen reingefahren und durchgefahren. Also Paris war ich halt schon, ja. Aber wahrscheinlich, boah, ich weiß nicht, wo ich rüber bin. Ähm, das kann nur Rem oder sowas gewesen sein, in die Richtung. Das hat sich halt schon mal gezogen, aber so in die Richtung könnte es gewesen sein. Paris, glaube ich, war ich, wie gesagt, bin ich schon. Ja, war Rem. 140 Kilometer, liebe Leute, nur noch. Oh, alter, ich hasse das, ey. Sag ja, die kriegen es sich hin. Also, der nächste ist die Haupt, ist eine Autobahn, ist eine Halbtankstelle. Die ist halt gerade. Na, passt noch. Eigentlich passt es noch. Komm ich vor den Blauen noch? Nee, ne? Aber vor die Scheiße, bin der hier noch. Nee, da komme ich nicht vorbei, komm. Kommt immer wieder was. Ich will einfach vorbei. Ich sehe halt nichts. Ah, Mann. Warten, da wird es... Nee, jetzt ist es eine Rechtskurve, da komm ich... Och, komm, probier was. Auf gut Glück. Jetzt jagen wir hier auf uns von bei diesem LKW, jetzt kommt noch ein LKW, das ist total toll. Nein, wir haben... Ja, doch, wir haben Samstag, aber... Ah, Mann, ich will den Typen jetzt beholen, der gibt mir ein bisschen auf den Senkel, weil der mich gerade ein bisschen aufhält. Jetzt habe ich ihn. Jetzt kommt noch ein Kreisverkehr, das ist total toll. Ich mache es mal, wie die KI überholen und dann reinziehen, voll und dann auf die Bremse, weil der scheiß Kreisverkehr kommt. So, jetzt haben wir noch 115 Kilometer, also geht es bald bei der magischen Grenze unter 100 Kilometer an, bis zum nächsten Stopp, der ist in Brest, wie gesagt. So, jetzt müssen wir gucken, was wir noch an der nächsten... Ich glaube nicht, dass ich 100 Kilometer eigentlich 40 Minuten schaffe. Klar, dann hat er jetzt beim Doppelstockbus ist es natürlich jetzt... Was zählt der Fahrgäste dort länger? So, 97 Kilometer noch bis zum großen Ziel in Brest. Jetzt geht es so langsam in Richtung Finale in dieser Folge. Danach haben wir nämlich noch das eine Stück, kleine Stück bis... Bis, 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 bis. Dann haben wir es eigentlich schon wieder geschafft. ich muss natürlich mal eine neue aufnahme kurz starten damit war nicht vom hätte ich in die länge kommen zu lang kommen ich darf einige wo sich die stunde aufnehmen kann kann er darf nach einer halben stunde nicht mehr kopieren deswegen muss ich dann noch mal ein bisschen schneiden das hätte dicke gereicht deswegen ich habe wieder noch mal eine neue aufnahme damit und damit ich nicht denke oh scheiße wenn du am ende fertig bist ja ich bin bei 35 minuten ich muss mal kurz in paris waren uns teilziehen tun gemacht haben wir die folge bei der aufnahmefolge 38 minuten ich habe hier geteilt haben auf 20 und auf dem auf 18, irgendwas oder 18 19 minuten ab aber wie gesagt ihr werdet nichts merken bei euch läuft das sehr durch der transporter der hat gar keinen bock mich zu überholen der zieht mich direkt wieder zurück aber gerade weil wir gefühlt gerade bei 107 waren so 60 km hinterliebeleute und dann haben wir das ding auch unter dach und fach oder fast durch weil dann wir sind doch die letzte strecke die namen und aber das müssen wir erstmal hier diese 60 km nach links mitnehmen die haben wir ja schon mal also 70 km auf jeden fall plus nichts was die strecke man lohnt ja zieh doch rein du idiot mann ey das ist doch ein kackhaufen mann mann vorliegt ey ich komme da angefahren mit meinen hundern und dann ja ich zieh mal rüber wenn es niemals da rüber ziehen müsse schön langsam durchfahren lassen können bremst mich als wäre wenn ich komplett weg oh schuldigung schuldigung krass oh manno ey aber wirklich jetzt aber der knallt da aber einfach raus ohne zu gefühlt ohne zu gucken wie soll ich kann ja schön mit 100 ohne spüren gar nicht fahren durch noch neun minuten nach schweiz hat sich egal gefahrt durch gepresst jetzt das traurige ist natürlich dass es viele färben kraftfahrer da ist auch busfahrer genau das die live machen die fahren natürlich ohne pausen durch dann sind die bei fünf sechs sieben stunden am stück und jetzt haben sie noch länger ich habe rekordet das mal wieder so ein stück und ist natürlich ist die müde geworden das ist natürlich die extrem hohe unfallgefahr warum halt immer mal wieder ein lkw und gewollt wenn du deine schnauze nicht hält oder ich würde zu drücken kommen und folge auf die kurve ja genau warum halt eben jener sohnfälle passieren wollen wir wieder auch ein lkw auf die stauhände drauf weil die busfahrer und auch die lkw fahrer einfach komplett übermüdet sind und einfach dann sagen das scheiß trauer zeitdruck das heißt dass der chefdruck macht als scheiß das geld hat irgendwie was du hast du dir eine tour noch da kriegst du mehr geld ja ich habe aber schon vier fünf stunden egal feste weiter so was halt einfach viel geld druck also es ist halt einfach so und das ist halt das gefährliche ich bin selbst berufskraftfahrer ich bin busfahrer gut ich fahre linien muss in kein reisebus wir sehen hier schon jetzt immer eine zeit drüber ist eine polizierkontrolle kommunizierwerke es würde nichts passieren er sagt nimm dich und jetzt mal pausen machen können ich bin noch fit also ich fahre noch ein bisschen ich fahre die runde noch zu auf jeden fall aber das hätte ich jetzt mal die normale schicht und nicht früher noch etwas zu tun und eigentlich hätte ich ursprünglich um 12 schicht beginnt das wäre ohne probleme da könnte ich sagen scheiß drauf ich ziehe jetzt durch bis keine 3 uhr in der nacht wenn ich das zeitlich auf die reihe bekommen weil wenn ich hier nun verbaut ja passiert nichts auf dieses wort im auto wenn ja aber natürlich im wehleifung in unfall passiert und alles wo dann hier mit vollgas und rein sind dann ist das halt so dass da mal durchaus ein mensch stirbt sterben kann oder was auch immer schwer verletzt oder und das ist ein viel gründen gibt viele gründe warum ich mich immer wieder beim fahren aufrege von irgendwelchen idioten die mich meiner durch schlägten zu überholen ich habe jetzt am freitag hatte ich einen autofahrer unter anderem der mich überholt hat an einer stelle ich habe seitenabstand gelassen so ein halbmeter meter und er musste sich unbedingt noch halblichen grünstreifen durch kämpfen damit er mir vorbeikommen nicht überholen kann ich verstehe manche leute nicht und das ist genau gefährlich kommt ihr ins rutschen rutscht der mir in den wurs oder was kann ja richtig auch schon was passieren heute hat nur voll fast unterwegs sind das tut mir leidig bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich auf und das habe ich jetzt nicht so oft nicht getan so zwar mal kurz um die leute ob die hier brem ist falsch sondern und ja hier steht mir im weg leberkusen nein das war sogar schon alle raus alle rein wie auch immer so und wir fahren jetzt mal weiter unsere letzte runde nach niemand halt ja wie weit haben wir jetzt jetzt noch 300 kilometer ok ja gut das ist nicht weiter als jetzt gerade was wir jetzt hatten fahr mal weiter man du stehst im kreisverkehr und fängst an wie so eine leicht bekleidete empfangs damit dann was mal so die leute reinzulassen wenn sie deswegen versteht naja wie gesagt alles gut ich habe mir echt die blutze rausgenommen ich habe nämlich bin so wie gesagt seitdem ich jetzt unterwegs bin und wir in gestartet sind und habe ich immer gestartet damals genau wie sind ja ich bin glaube ich lehrer werden oder ich bin glaube ich ja bist ja bist ja wir haben ja hier oben die ecke mitgenommen und sowas und dann will und das ist eigentlich seitdem oder oder franker schaut keine blitzer kann natürlich auch sein es ist bisher noch nicht aufgefallen dass ich ein blitz wurde ich erinnere mich jetzt gerade zumindest nicht Und jetzt können wir mal tanken, das werden wir nämlich jetzt noch tun. Das ist eine Tankstelle, du haben Ongel. Jetzt machen wir gerade den Buswahl und dann fahren wir durch. Und jetzt machen wir hier einen Tag, der wir hier in der Runde gehen können. Wir sind hier in den Runde, die wir hier in der Runde gehen können. Wir sind hier in der Runde. Und jetzt sind wir hier in den Runde. Wir sind hier in der Runde. So, jetzt gleich voll der Tank. So, dann machen wir zweiter Trophäe gekriegt. Immerhin mal wieder. Wir machen uns jetzt weiter auf in Richtung Nantes, oder Nantes, im französischen. Ja, dann fahr doch selber, das interessiert mich doch nicht. Der fühlt sich nicht haltig. Ich geh mich aufs Senkel. Das Geilste sind auch immer hier Fahrgäste, die sich aufregen. Nee, wurde ich nicht gekommen. Jetzt hab ich eine Stunde gestanden. Das muss ich erzählen. Ich hab letzte Woche eine ältere Dame gehabt. Die stand hier an einer Haltestelle. So, also in dem Dorf. Ich muss grad gucken. Doch, ist richtig. Ähm, die kamst du mir rein? Ich will Rabatt. So, okay, warum? Ich hab eine Stunde hier draußen gestanden. Ja, dann ist halt mal ein Bus ausgefallen, aber ich kann Ihnen keinen Rabatt geben. Ja, dann zahle ich halt weniger. Ähm, nein, ich kann Ihnen jetzt keine Ticket für weniger ausstellen, weil, dass die Leute nicht wissen, wenn ich weniger einnehme, wenn ich sage, das Ticket kostet 3 Euro. Die geben mir jetzt mal 30, ich sag, stimmt so. Die 70 Cent zahle ich aus der Eigentasche. Das kann ich nicht machen. Ich hab auch realistisch nicht machen. Ja, ich kann sie auch ähm, geht das schon technisch nicht machen. Von daher, die hat ja voll den Preis zu zahlen. Gute Hilfe, dass ein Bus ausfällt. Dafür kann ich am wenigsten. Das geilste sind immer die, die... Es ist ein Bus ausgefallen. Ich geh schon 1, 2, 3 Stunden hier draußen. So, das interessiert mich nicht. Es tut mir leid. Was soll ich machen? Die Busfahrer haben zu weg also wieder das schlichteste, dann beschwert euch. Ich werde schon ein Verkehrsunternehmen, ruft die an, geht denn auf den Sack. Feuer erinnert sich da nicht. Das kann ich dafür. Das kann ich als Busfahrer dafür, wenn ich jetzt gerade da bin und dann solche Kommentare hören muss. Bin ich derjenige, der gesagt hat, ich stehe mal 3 Stunden in der Gegend rum. Nein, bin ich nicht. Ich kann auch nur, ich kann auch nur fahren. Mehr kann ich nicht tun. Letzte Woche ist mir mein Bus kaputt gegangen. Und dann habe ich quasi von 3 Runden nur eine gefahren. Und das ist ein Defekt. Es war auch abgeklärt mit der Fahrdienstleitung, dass die gesagt haben, hier, dann ist es halt so, dann fällt der Halteflach. Wann kommt der nächste Rastplatz? Keine Ahnung. Und da kann ich am wenigsten dafür. Da habe ich gefragt, ja, was ist denn passiert? Und so. Ich habe gesagt, Bus ist defekt, was soll ich machen? Mein Bus kaputt und das war halt am Tank kaputt und alles rum und dran. Da ist halt Benzin ausgelaufen, also Diesel ausgelaufen. Wird er ausgetropft. Mann, Gott, der hat überholt mich doch. Mann, du Idiot. Oh, Mann, solche Leute. Weißt du? Ich habe mich rauszulassen. Überholt der mich und zieht direkt vor der Nase mit rein. Das Diesel ausgetropft und alles rum und dran. Und ich damit gefangen werde, dass wir eine Unwürdigkeit... Also mit Kasshofer nicht. Aber es wäre halt Umweltverschmutzung gewesen. Und ich hätte viel Geld bezahlt. Nein. Also deswegen wird sie so bestehen. Ich kläre das ab. Fahr die Zeit und sagt, ja, mach. So ist halt. Und damit ist es gut. Damit kann ich nichts dafür. Aber da bin ich mich abgesichert. Das Verkehrsunternehmen hat Bescheid bekommen. Und damit bin ich raus aus der Nummer. Ne? Und dann lasst du draußen, wo die Leute stellen. Ich bin zwei, drei Juni gestanden. Dann fahre ich jetzt umsonst. Nein, fährst du nicht? Zwei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei. Mein Gott. Ich werde, wie gesagt, bei den Verkehrsunternehmen. Aber ich werde das niemals bei den Busfahrern. Aber wir können am allerwenigsten dafür, wenn irgendwas ist. Das ist genau das gleiche wie mit dem Stau und alles drum und dran. Du hast dann mal Stau. Also, wir haben jetzt, ich habe einmal Klimaaktivisten gehabt. Da habe ich eineinhalb Stunden Verspätung gehabt. Ich habe einmal einen schweren Unfall gehabt mit einer Vollsperrung. Auch da habe ich, glaube ich, eine dreiviertel Stunde Verspätung gehabt. Und dann hast du dann welche Kandidaten da am Bahnhof stehen und sagen, wir sind zu spät. Wir müssen jetzt umsonst fahren. Oder wir stehen schon so lange draußen. Na und? Dann ist es halt einfach so. Was kann ich dafür? Ich kann nichts dafür. Ich kann nicht drüber fliegen. Ich habe keine Flüge. So, wir müssen jetzt mal kurz den Controller laden. Der meckert gerade so ein bisschen. Das machen wir nämlich jetzt auch mal schnell. So. Äh, Controllerlade, da kam es drin. Controllerlade wieder. Ja, wie gesagt, dann heute bitte jemand anders voll, aber bitte nicht die Busfahrer. Wie gesagt, die Leute sind schon, wir sind dann schon genervt genug bei den Verspätungen und alles drum und dran. Dann hast du gleich, da kriegst du solche Kommentare zu hören. Dann denkst du dir auch, Alter, halt die Fresse. Dann willst du dir ja so gerne machen. Dann musst du doch freundlich bleiben. Wie gesagt, wir sind immer das schwächste Glied. Wir können für höhere Gewalt, Stau, Verkehrssituationen und irgendwelche Unfälle oder was auch immer. Dafür können wir nichts. Wir machen es nicht mit Absicht. Klar kann man sich immer noch meckern und man sagt, wir haben die Pause gerade mal um 10 Minuten verlängert. Wir stehen hier schon eine Weile, jetzt regnet es, es ist kalt. Blablabla. Dafür können wir was. Das ist eine andere Hausnummer. Aber wenn da Verspätungen zusammenkommen, die so 20, 25, 30 und mehr Minuten kommen, dann kann man doch mal davon ausgehen, dass da irgendwo was passiert ist unterwegs. Und da brauche ich nicht solche Kommentare zu hören. Das gibt mir tierisch eigentlich auf den Senkel. Und dann hast du noch eine ganz schlechte Laune, weil du irgendwelche Folgen hast und dir musst du auch noch schön freuen. Und dann denkst du dir eigentlich halt die Fresse oder da draußen. Ja. 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 Ja, aber dann liest du das. Dann noch länger. Dann lebest du da noch länger. Weißt du? Normalerweise habt ihr 3 Minuten vorher an der Haltestelle zu stehen. und nicht auf den allerletzten Drücker zu kommen. Ich hatte, glaube ich, am Donnerstag oder am Mittwoch hatte ich, glaube ich, gefühlt auf den ersten Runde plus ähm auf der ersten Runde äh beziehungsweise erste Runde oder zweite Runde hinfahren. Ich glaube, ich hatte gefühlt zehn Leute, die so angerannt haben so zehn Sekunden vor Abfahrt. Erste Runde war sogar ein Fahrradfahrer dabei. Du kommst an die alte Stelle dran, denkst du, geil, fünf Sekunden noch, bist du durch, kommt noch das Fahrradfahrer um die Ecke. Fünf Sekunden vor Abfahrt. Weißt du, da musst du noch warten, da musst du noch warten, bis der sein Fahrrad eingeschoben hat. Dann muss er noch warten, bis der Fahrrad festgemacht hat. Dann kommt er in Ruhe nach vorne und gedacht, ich hab hier mein Ticket und alles drum und dran und schon hast du eine, halbe, zwei Minuten Verspätung. Gut, um früh um fünf oder um vier ist es nicht schlimm, da ist es nur rausgeholt. Aber passiert das zur Mittagszeit, dass die Leute immer erst auf den allerletzten Drücker kommen, ich hab noch mal Ticket, ich muss mal suchen, wie es da ist, genau das passiert halt, wenn ihr versteht, dass er... Alles verschüttet, danke! Und genau deswegen kommen diese Verspätung zustande, wegen solchen Leuten. Und dann haben die noch zu nichts Wesseres zu tun. Können wir noch ein bisschen diskutieren, noch ein bisschen. Und wieder drei Minuten. Ich so, ja! Und vor allem jede Minute Verspätung, die wir am Ende auf der Uhr haben, die geht von der Pause ab. Und manchmal ist es so lange, dass wir kaum noch Pause haben. Wie gesagt, der Unfall, der hat eine Dreiviertelstunde gekostet, diese Dreiviertelstunde war quasi meine Pause. Ich habe dann quasi in die Abfahrtzeit von meiner dritten Runde, ich hab in die Runde viermal gefahren, von meiner dritten Runde meine Pause gemacht. 20 Minuten hab ich mich hingestellt, hab mir gedacht, ich brauch jetzt Pause. Ich muss meine Füße vertreten, es geht nicht anders. Ich bin jetzt gerade mal drei Stunden, vier Stunden am Stück gefahren und ich will Pause machen. Und dann hast du dann den Nächsten gesagt, hey, Sie sind ja 20 Minuten zu spät, wie kommt das denn? Ja, ja, ist mir scheißegal. Das geht einem sowas von tieflich auf den Piss dann am Ende. Ich meinte mal, das Beste zu wissen, alle Leute anzumerken und alles, man hat aber keine Ahnung von der Materie. Aber ich merke, dass ein Fahrgast der ganze Zeit da mecker, 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 mecker. Ja und dann machen wir wirklich, machen Führerschein, fahr selber. Aber gehen wir nicht auf den Sack. Das ist mal einfach nur dazu jetzt gerade. Manchmal denkst du dir, hey, manchmal die Mütze, manchmal den Leuten können sie dann echt die ganze Zeit nur auf Fahrgerecht links gehen. Du hast diesen Spruch 50 Mal am Tag und dann musst du ruhig bleiben und dann kommt, irgendwann geht das einfach hoch und dann haust du dir so hin. Der Busfahrer war aber total unfreundlich. Ja. Da kann ich euch doch eine Geschichte erzählen. Ich bin aber mal vier etwas ältere Damen abgeholt. Hab sie mitgenommen. So. Dann bin ich an meiner Altiede vorbeigefahren. Dort stand niemand. Ich hatte Verspätung. Es stand niemand. Ja, da dachte ich mir, geil, jetzt will niemand raus. Ich fährst also durch. Fahrer links um die Kurve auf der Parallelstraße. Da fahrst du von hinten. Halten die hier nicht an? So, nein, ich halte hier nicht an. Hier hat niemand gestanden. Niemand gestanden. Es wollte also niemand raus. Ich hab jemand gedrückt. Es hat auch niemand Bescheid gesagt. Und das ist halt so. Und da stand auch niemand an der Altiede. Also da wollte auch keiner mit. Ja, wir wollten hier raus. So, ja, dann hätten sie mal was sagen sollen oder beziehungsweise mal drücken sollen. Der Drücker ist kaputt. So, ja, wenn sie das merken, dann sagen sie kurz, ey, wir wollen hier raus. Der Drücker ist kaputt. Dann kann ich reagieren. Aber einfach nichts zu sagen, sich weiter zu unterhalten. Sie sind ganz schön frech. So, wieso bin ich frech? Ich sag nur die Wahrheit. Nee, sie sind ganz schön frech. Sie hätten uns hier rauslassen sollen. So, ich kann doch nicht in den Kopf oder nicht in den Leuten gucken. Wir beschweren uns über sie. Ja, können sie gut machen. Also gutes Recht. Das ist mir auch schon. Das ist halt so. Sie haben gar nicht gedrückt. Sie haben sich nicht gemeldet und alles rum und dran. Ja, gestern sie dann der nächste halte ich oder was? Weil ich lass die. Nee, sie lass uns jetzt hier raus. Ich sag, nein, lass ich nicht. Ich hab gesagt, wenn die jetzt hier aussteigt und alles und ihr verletzt euch, ich muss einen Krankenwagen holen, dann fragen die mich auch, warum hab ich die da rausgelassen. Nein, mach ich nicht. Ende. Also und dann müssen wir daran diskutieren und hast du nicht gesehen. Und dann, ja, der Drücker ist kaputt und alles und dann hab ich gesagt, welcher Drücker war es? Ja, der hier. Ich hab ihn sogar noch kontrolliert. Er ging tatsächlich. Den haben sie jetzt repariert. So, ja, also ich Handlauf legen. Nee, ja, genau. Ich hab den nicht so schnell rausgelassen. Sie haben sich natürlich, also ich, meines Wissens, noch nicht beschwert, was auch immer. Ich hab's so eingesehen, so Fehler gemacht haben. Und, äh, so, dann hab ich die nach meiner Pause auf der Rücktour wieder an ihrer eigentlichen Aussteigerhalterstelle und auf einmal war die ganz freundlich. Da haben die freundliche Ticket vorgezeigt, da waren die gelangen haben sich, haben dann auch gesagt, ja, tut mir leid, wir haben da überreagiert und alles drum und dran. Ich hab gesagt, dann lassen Sie mich beleidigen und ich hab mich doch nicht. Weil, wie gesagt, ich hab kein Unrecht. Ich darf, auch wenn es es würde, niemanden an einer, außer bei einer, warte mal kurz. Ich darf niemanden oder sowas an einer Haltestelle rauslassen, oder außer bei einer Haltestelle rauslassen, weil aus versicherungstechnischen Gründen, falls derjenige stolpert oder noch schlimmer, ist fährt ein Auto, ohne zu gucken, wie in den Bus, gefliegt, da muss vorbei, rasiert diese Aufhärtson, die gerade aussteigen, und dann weg. War da nicht gerade ein Rasthof? Hast du ein Rasthof gesehen? Ich fahr durch. Ich hab noch 100 Kilometer bis Nord. Ähm, ja, und dann hab ich natürlich das Problem, dann darf ich mich erklären, und da hab ich keinen Bock draus. Und deswegen, genau wie das gleiche in grün, was ich auch jetzt am Freitag hatte, ich hatte jemanden, der hat, ich hab hochgeguckt, ich guck ja immer, bis vorhin an der Haltestelle, in der Haltestelle bin ich 100 Meter hoch, ich fahr hoch, stand niemand. Ich bin, glaube ich, drei Meter vor der Haltestelle. Spring dir mal hinten auf, ich muss hier raus. Ja, rechne bitte mal den Bremsweg aus, bei einem Bus, bei der 80 kmh, selbst bei einer Gefahrenbremsung. Also, Thema, ne? Ich glaube, ich bin jetzt richtig gerecht, 64 Meter. Für das Gefahren waren wir so 32 Meter, das heißt, ich bin trotzdem 30, 40 Meter hinter dieser Haltestelle. Ich kenne die Formel jetzt nicht auswendig, ich meine, jetzt brauche ich 10 mal, brauche ich 10. Aber es ist halt so. Das heißt, ich bin bei, wenn ich es richtig gerecht habe, 30 Meter. Ich bin drei Meter vor der Haltestelle. Das heißt, ich bin 27 Meter drüber, ergo, ich bin ein Stück vorbei an der Haltestelle. Das heißt, ich darf auch niemanden, ich habe den dann natürlich nicht rausgelassen, ich habe gesagt, hier, das war ein bisschen arg, sehr spät. Er hat sich natürlich dann beschwert, er hat sich dann beschwert, mit Handzeichen, alles so und dran, warum ich ja nicht rausgelassen habe. Ich habe erklärt, ich ziehe ja nicht bei den vollbesetzten Busten Anker. Nicht bei 80 kmh oder bei 70 kmh oder was auch immer. Das ist Schwachsinn. Drücke früher, Pech gehabt, nächste Haltestelle. Er hat dann gesagt, danke fürs Anhalten. Ja, wie gesagt, dann stelle ich früher hin oder drückt meine Fragen. Ja, mein Gott, ey, das meine ich, der Transporter jetzt genauso, der Elke, ich steige schon hier. Der Transporter holt mich, zieht rein, und bremst mich voll weg. Wie gesagt, ihr habt da einfach in einem Moment mal Pech gehabt. Wie gesagt, geht's, stellt sich, wie gut. Ich bin natürlich kein Fan von nörmlichen Leuten, die sich da hinstellen. 100 km Feuer. Ich erkläre euch, warum. Es gab eine Geschichte in Chemnitz. Dort hat sich eine ältere Dame hingestellt. Wo man ausgestallt, keine Ahnung, oder mit der 2 km vor der Haltestelle hingestellt. Dort hat der Bus ein Auto die Vorfahrt genommen. Bei Rot ist dieses Auto nachweislich drüber. Der Bus musste vollbremsen, die Frau ist gestürzt und jetzt gestorben. Ich selber hatte letzte Woche Samstag, oder vor der Woche Samstag, an einem ehemischen Fall. Ich habe auch dort eine Dame stehen gehabt, mit Kindern. Sie hat gerade ein Jahr Kinder, sie hatte drei Stück dabei, in den Kinderwagen gesetzt. In dem Moment gucke ich nach oben, merke, dass ein Kind bewegt sich. Okay. Und dann wissen wir, was Sache ist. Gucken wir nach vorne und merke, dieses ein Auto hat mir voll die Vorfahrt genommen. Ich ergo, also gar nicht gefahren, bin in diesem, bin vorbei an dem Auto gerutscht, habe mich aber nicht mit dem Auto berührt. Die Frau ist umgefallen, ich höre nur Poltern und Kindbein. Ich so, scheiße, da ist jetzt irgendwas Schlimmeres passiert. Das war wirklich auch nicht weit weg von der Alte Stelle. Ich dachte, jetzt ist das Schlimmste passiert, es hat sich komplett verletzt und alles rum und dran. Ich bin dann raus, bin dann zwei Autos und gesagt, ich ruf den Krankenwagen. Ich war auch durch, ich war geschockt, ich habe übrigens gezittert und alles rum und dran. Bin dann nach hinten zu der Frau und habe gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob da irgendwas passiert ist. Ja, sie ist gestört, aber sie braucht keinen Krankenwagen. Sie möchte einfach nur raus, sie möchte weiter und gut ist. Ich bin dann, dann gesagt, okay, Krankenwagen brauchen wir scheinbar nicht. Ich ruf aber die Polizei an. Ich habe gesagt, okay, sie hat auch alles Schuld, keine Schuld zugegeben und alles. Und sie weiß, dass sie sich zweifelte gewollt hat, sie hat einfach nicht geguckt. Ich habe gesagt, diese Nummer hätte auch ganz anders ausgehen können. Sie hat mich voll vor der Spazys schießen können, ich habe den Kopettenbus besitzt. Und ja, ich musste natürlich stehen, ich musste meine Fahrgäste dann quasi an der nächsten Haltestelle rauslassen. Ich bin dann die 10 Meter vor zur Haltestelle, habe die Leute rausgelassen, wo wir wieder bei dem Thema mit der Versicherung sind, weil ich hätte sie da nicht rauslassen können. Ich bin quasi nur so ein Feldweg reingefahren und jetzt bin ich an die Seite so eine Einfahrt. Und ich muss jetzt mal stehen bleiben. Ich war durch danach. Und bin dann, an die Haltestelle hat die Leute rausgelassen. Und da hat ein Kollege, der eigentlich noch in der Pause war, die mitgenommen und ist auf seine eigentliche Runde 30 Minuten verspätet losgefahren, neben dieser Frau. Ich hätte auch keine Fahrgäste die ganze Zeit drin sitzen lassen können. Ja, dann waren wir natürlich Polizei gerufen. Das waren dann so anderthalb, zwei Stunden länger, die ich dann gemacht habe. Ja, so anderthalb Stunden hat es gedauert. Das war dann, wenn wir dann vom Hof sind. Ich habe natürlich dann Feierabend gemacht. Klar, danach. Ich habe die erste schon genug gesehen, ich habe die zweite nicht gesehen, dass sie da oben war. Es ist, sagen wir mal, alles glimpflich ausgegangen. Es war nur der Schreck. Es hätte anders ausgehen können. Und deswegen sage ich ja, ich bin kein Fan davon, wenn Leute zwei Kilometer vor der Haltestelle stehen. Am liebsten, was du aber nicht verhindern kannst, wäre mir, die Leute drücken, bleiben sitzen, der Bus fährt ran, dann steht man auf und steigt aus. Mir passiert nichts. Mir ist jetzt die Frau so umgefallen, wenn sie gestanden, die Kitz gemacht hat, hat sie sitzen gelieben, so wie alle anderen fragten, es wäre nichts passiert. Ja, und schon haben wir die Zeit tot gequatscht und sind jetzt nur noch zehn Kilometer, wir sind ja schon in Norden und sind damit durch. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein bisschen was erzählen kann, mal so wissen, was mein Berufsalltag ist. Darum soll man sich also anschneiden. Naja. Und, ja. Ich habe mich so tot gefahren, so haben wir mal circa 300 Kilometer, die wir jetzt ein Stück gefahren sind. Ich habe jetzt die Blutze rausgenommen. Sollen wir jetzt durchballern? Ja, wie gesagt, das ist mein Berufsalltag. Mit manchen Leuten muss man sich rumschlagen, auch wenn man nicht will. Ja, auch essende Leute habe ich, wenn du den noch am Mannst. Ich habe jetzt... Ah, du musst mir nicht die Vorfahrt nehmen. Darum soll man sich also anschneiden. Ja, weil der nicht immer die Vorfahrt nehmen. Das erlebe ich so was von... Oh, sag mal. Ist das richtig jetzt gesehen? Die Schranke ist oben, ist die Bewusstung? Okay. Ich dachte mir jetzt wäre... Ich dachte mir jetzt wirklich noch ein Zug. Ich wäre jetzt damit über die Schranke gestiegen und geflogen. Das haben wir nicht. So, und damit haben wir einen Norden auch abgeschlossen. Ja, freigeschaltet, wie auch immer. Wir sind schon da. Ja, weil da wurde Pause sogar. Ich mach mal kurz, ich mach mal einen Motor aus und wir werden eh Feierabend. So. So, damit haben alle ihre Fahrgäste die Dings. Und wir haben natürlich keine Pause gemacht. Warum auch? Pause, vielleicht minus 100, ja. Komm, Sascha in 15. Cool. Längst allein gehalten, 0%. Wir haben keine Punkte. Ist egal, wir sind ja durchgefahren. Ist scheißegal. So. So, die nächste Route muss ich euch jetzt nicht erstellen. Die ist nämlich dann schon fertig, soweit. Nimm ich Liona Biarritz einmal quer durch. Und das, liebe Leute, sehen wir uns dann übermorgen an um 18 Uhr, wenn ihr wieder Bock drauf habt. Bis dahin, auf Wiedersehen. Die vorletzte Folge ist das dann bei unserem Facebook-Simulator. Bis dahin, tschüss. 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 Bis dahin, tschüss.